oh man ja sucht mal schnell komm ich mithalten sucht die ganze zeit sucht ihr eigentlich auch noch jemanden oder was macht ihr gerade ich bin ich farm die normalen ressourcen zu kohle und eisen damit wir uns alle schön eindecken können mit der rüstung oh mann alter das ist doch das ist doch scheiße ist das ich leuchte mal ein bisschen unser ding noch aus egal hab schon sieben level und wieder gold gefunden sind op gold äpfel erlaubt ich weiß nicht müssten wir noch mal ausmachen hört euch nicht wenn die nicht sauber angeordnet sind aber wir brauchen auf jeden fall einen gold apfel um diesen kubus zu kraften ja also gold ist ziemlich geil aber das kriegen wir schon hin ich habe schon genug gold ja und noch vier gold brauchen wir noch zusätzlich außenrum so ich habe es erreicht das ende ich kann sich kann nicht mehr abbauen wir sind also so türkisene blöcke über mir ist ein ganz stein blöcke aber ich kann einfach nicht abbauen ach ja okay manchmal ist es nicht ganz dann bauen wir uns das müsste dann eigentlich die mitte sein normalerweise ist an den wänden ist immer türkisene diese türkisen steine unten drunter wenn du aber in der mitte bist da ist da auch eine spawn protection damit du da nicht drunter kram kannst ja leck mich doch mal okay dann gehe ich mal ganz kurz direkt in die andere richtung mal wieder zurück okay ich habe hier einen mysteriösen raum gefunden wenn die meine aufnahme einfach nichts erkennt wenn ich von der gne deswegen die brightness immer auf voll die kanne da ist schlaber aufpassen boah das ist ein riesiges system hier ich habe eine schlucht gefunden hat jemand von euch eigentlich eine minimap nein brauchen wir in dem projekt die richtung bringt nichts andere richtung kram mein freund aber ich habe hier wo ich auch noch essen bringen ja ich habe labes latschlied melans sieht nice alter und weg hinter dir hast du hast du holz für mich topra das ist wichtiger vielleicht erst mal nur verarbeitet das ja das ist egal okay danke danke das ist sehr lieb von ihnen sie sind immer so gut zu mir scheiße jetzt habe ich keine workbench gemacht dich idiot aus dem holz hast du ein workbench nein ach verdammt ich habe hier viel holz ich bin so dumm jetzt muss ich noch mal nach uns oder ganz nach oben aber jetzt stehen ja treppen weiß dann ist das ja nicht so schlimm ich brauche echt fatteln sonst sehe ich gar nichts wieder ok ok mal sehen was wir alles werde licht haben oh gott draußen ist dunkel petrus fand den schalter nicht ok gut dann pack hier schon mal das eisen rein der jesus hat das gleiche kann wieder drei oh mann wieder in ihrem kino bald was wollte ich denn jetzt ich wollte ein workbench mehr holen beziehungsweise ich wollte ein bisschen holz erbauen ich wollte ein bisschen also nichts gegen quantum aber wenn man so jemand den team hat ich glaube da wird man noch voll durchdrehen in der taue naja vielleicht später werden also jetzt gerade nicht aber werden die fights da ist ja richtig behindert ja das meine ich ja vermutlich kann also ich würde mir das so denken so scheiße wenn das nachher passiert ey naja hier ist er eigentlich in unserem team mieser typ ey mieser typ wie ich? ne ja komm ein passenden witz zu weihnachten der nicht witzig ist warum hat der weihnachtsmann so einen großen sack naja da weil er nur einmal im jahr kommt esse hier war der war echt witzig denn danke danke ich weiß war naja nicht umsonst maxel david dachte man ja Du gehst an die linke Seite, totbereich, geh mal geradeaus. Boah, ich hab überhaupt keine Ahnung mehr, wo ich bin. Ja, ist egal. Ich hab nicht, glaube ich, mal hoch. Coole, 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 Coole. Boah, jetzt wird hier wieder gebytet, obwohl Marcel nicht dabei scheint. Ich möchte doch nur Diamanten finden. Wollen wir alle, ne? Wollen wir das nicht alle? Ich hab schon sieben Level, was geht denn ab? Oh, ich hab Eisen und Redstone wieder. Ich hab schon zehn. Ah, Diamanten! Ah, war. Achtung, Achtung, gleich kommt das Achievement. Passt auf, Freunde, passt auf, pass auf. Mach mich schon mal bereit. Und ich bin der Dritte. Wir sind die Dritten, Freunde. Der hat aber ganz schön schnell geantwortet jetzt. Pam, Alter! Vier Diamanten. Hat das nur gewusst? Das sind schon mal zwei Dias-Schwerter. Inhalb von Sekunden, Alter. Ähm, ich brauch ne neue Spitzhacke. Dann muss ich den wieder ausmachen. Ich glaube, ich hab einen Spinnenspawner gefunden. Oh, das wäre nice, mach die nicht kaputt. Natürlich nicht. Nicht dumm. Das funktioniert gerade eh nicht bei Teepile Peaceful, aber. Ja, ja. Oh, nice. Mach mal da einmal die Koordinaten bei dir auf, dass man dann später, falls man irgendwie nicht mehr zurückfinden sollte, die Folge schauen kann. Jo, erledigt. Dankeschön, das ist sehr lieb von dir. Kein Ding. Der Simon ist schon so ein ganz sympathischer Topper, ne? Ja, ja. Fühl mich sehr geehrt. Mit dem kann man auch. Das ist okay. Ich krab mich jetzt mal wieder an die Oberfläche. Ich hab nämlich schon 43 Eisen. Ich hab wieder Gold. Also Gold haben echt erstmal keinen Mangel. Gold ist hier oben echt drin. Bortschrittliches Handwerk. Okay, ich sollte mal neue Fackeln machen. Nein. Ich bin zu dumm einen in Ofen aufzustellen so jetzt. Wären die Folgen eigentlich immer unterbrochen oder machen wir, cutten wir? Komplett am Stück. Wir werden ja schon längst über die 15 Minuten raus. Ja du, ich hab da ehrlich so gar nicht drauf gehalten. 1,39. Ich bin ein Idiot. Stimmt. Ja. Ich hoffe es ist okay, dass ich mir jetzt hier mal eine Iron Pickaxe mach. Ich hoffe, damit könnt ihr leben. Hä? Ich mach die ganze Zeit schon Iron Pickaxe. Ja, ich hatte halt nur die Holz noch vom Anfang, ne? Alter, ja richtig ekelhaft. Ja, was soll ich was machen, was machen? Okay, jetzt hat der nächste Diamanten aber nach mir. Jetzt hat jedes Team. Jetzt hat jedes Team, ja. Echt? Oh, ja stimmt. Was hast du denn? War es ein Achter oder was war es? Was? Häxle, bei dir, was war das? Wie viele Diamanten? Was war das? Vier. Okay. Schade, eine Achterung wäre natürlich fäll gewesen. Ja klar, aber wir können, die Frage ist jetzt, ne, wisst ihr was, wir machen als allererstes eine Diamantspitzhacke, bevor wir uns irgendwas anderes machen. Ne, wieso? Äh, aus dem einfachen Grund, weil wir dann verzaubern können, weil wir dann Obsidien abbauen können. Und das denke ich mal viel mehr als der Anfang bringt. Achso, ja, klar, klar, klar. Ja, natürlich. Sorry. Ja, kein Ding. War verplant, dass man das ja dafür braucht. Das Ding ist bloß, wir müssen halt aufpassen, die können uns ja theoretisch jederzeit angreifen, wenn die Walls runter sind, oder? Richtig. Ja. Wir können uns aber bei diesem Villager, können wir uns eine Alarmanlage kaufen. Wie kostet die? 10 Gold. Glaube ich zumindest, also wenn Domzer das so eingestellt hat. Ja, vorher waren es noch 10 Gold, ja. Ja, dann müssen wir es immer so, dann warnt die uns vor, sobald jemand einen Radius von 100 Blöcken um unsere Burg da betritt. Okay. Ja, gut. Starkes Licht. Also ressourcmäßig sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich wäre dafür, dass wir so 15 Minuten, bevor die Friedensphase vorbei ist, nach oben gehen, alle. Ja. Und uns bissl organisieren. Jeden. Also auch schon anfangen zu equipen, ne? Oh, Diamanten. Diamanten. Ja, Mann. Starkes Ding. 1, 2, 3 bis 200, 2, 4. Oh ne, da ist der dritte. 4. Okay, nice. Wir haben jetzt 8 Diamanten. Das heißt, wir können eine Spitzhacke bauen. Und es reicht sogar direkt schon für ein Enchantment Table. Geil. Perfekt. Kannst du schnell, wenn du jetzt oben bist, einen Eimer machen und dann direkt Obsidian angießen? Ja. Weil wenn du direkt die Treppen oder hast du auch schon Lava gefunden? Nö, Lava habe ich nicht. Kannst du direkt mal schön verzaubern. Was sau wichtig ist gerade für den Anfang. Weil dann könnten wir eigentlich drauf gehen auf die anderen. Weil wenn wir schon so eine Eisenrüstung mit Schutz haben, das wäre schon ganz geil. Richtig. Noch geiler wäre es, wenn wir eine Dia hätten. Na klar, aber du so schnell kriegst das hier hin. Dazu müssen wir dann auf Glück verzaubern. Lapis Lazuli brauchen wir aber erstmal, bevor wir verzaubern können. Ich habe 15. Oh nice. Stark, stark. Okay, gut. Was mache ich denn? Okay, mache ich mir einfach kurz Steinspitz halten jetzt. Gut. Das ist der einzige Engpass, sind dann halt noch die Level, ne? Ich habe jetzt schon 13. Okay, okay. Ich habe 9. Du hast mich eingeholt. Jetzt habe ich 10. Ich höre irgendwo eine Wasserquelle, als ob hier eine Höhle ist. Halt mal ganz kurz leise. Woher kommt das Wasser? Pst, ich höre es ganz genau. Und Lava auch. Woher kommt das? Schön im Ohrum proben. Pst. Pst. Hör mal ruhig. Ich bin ganz nah dran. Oh, ich sag mal kurz Licht. Das ist hier ganz in der Nähe, Alter. Was ist über mir? Ich habe bloß Schiss, dass da gleich Lava rausläuft. Ja, hier. Ich habe es gefunden. Oh, ist das eine Schlucht? Die Schlucht habe ich vielleicht auch schon gesehen. Ich habe eine Schlucht gefunden. Und die ist riesig. Oh Gott. Und da unten ist direkt Lava. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht rein fahre. Ich muss mal ganz kurz koordinaten, dass man das dann sehen kann für uns. Oh Gott, geil. Oh Gott, das sieht richtig geil aus. Das könnte wichtig werden. Fett. Okay, mache ich hier erstmal kurz den Übergang und baue mal kurz das Eisen ab. Boah, scheiße geil. Haha. Okay, nice. So. Zack. Okay, ist hier irgendwo Diamanten? Hier ist noch Kohle. Die lasse ich jetzt aber erstmal. Kohle, glaube ich, haben wir erstmal genug jetzt. Okay, hier ist die Lava. Ja, ich bin gerade auch dick am Kohle einsammeln, also. Oh, da ist gerade eine Fledermaus gestorben. 15. Schweige nur bitte für die Fledermaus. Ich habe bloß ein bisschen Schiss. Oh, der Lava. Boah, wir haben ja schon 15 Sugar Canes. Das ist nice. Okay, uns geht es ganz gut. Ich weiß bloß nicht, wie es den anderen geht. Und übrigens, jetzt sehe ich auch die Blöcke, die du gemeint hast, die unter der Bade. Kann man nicht abbauen. Ja. Erst wenn die Warhols gefallen sind, dann kannst du die abbauen. Kann man mit denen irgendwas machen oder sind die einfach nur zu Deko quasi? Ja, das sind Deko-Blöcke. Okay. Kann man, wenn man, die kann man bekommen, wenn man einen Seetempel findet, aber das passiert nicht auf dieser Map. Was wollte ich nochmal, ach ja genau, Obsidian herstellen. So. Okay, nice. Also Eisen habe ich jetzt auch echt wieder gut. Ja, das haben wir auf jeden Fall keine Knappheit. Ne, können wir ruhig direkt alle eine Rüstung machen. Ich mache jetzt hier noch so lange, bis meine Spitzwecke zurückgeht. Ich habe jetzt wieder 34 Eisen und 4 Gold auch wieder. Ne, ein bisschen mehr Eisen sogar, aber ich habe bloß ein bisschen Schiss gerade abzubauen wegen der Lava. Mr. Lava Lava. Boah, ich finde immer nur so einzelne Lavaquellen, aber keinen ganzen See. Wie viel braucht man nochmal? Drei, gell? Wenn nicht, dann gießen wir uns einfach ein. Ja, schon. Weil dann brauchen wir viel Lava-Eimer. Ist, aber ist das nicht ein See gewesen? Ich weiß nicht, entweder bin ich falsch gelaufen oder nicht. Warte, ich komme mal zurück. Jetzt bloß nicht in die Lava fallen, Maxler, das wäre sehr unklug. Eisen gefunden, richtig raus. Oh Gott, ich brenne. Aber ich bin direkt im Wasser. Hä? Hupsi. Oh, Junge, Junge. Oh Gott, wie komme ich denn hier jetzt wieder raus? Gut, dann komme ich jetzt mal zurück. Können wir was mit Emeralds anfangen? Ne. Nö. Aber kannst du abbauen, die sind schön. Lass uns die Bogen ein bisschen verzieren. Ich wollte gerade fragen. In den eineinhalb Stunden, die uns noch bleiben. So, hier ist nämlich der Lava-See, aber ich weiß nicht, ob das was wird. Ich mache jetzt erstmal ganz kurz einen Eimer. Die Bogen, dann stelle ich mir kurz hier rein. Zack. Und dann brauche ich noch schnell einen Ofen. Hier unten. Dann stelle ich mir kurz hier rein. Zack. Kohle. Eisen. Rainer, muss ich jetzt kurz auf drei Eisen warten? Ich weiß nicht, ob das hier funktionieren wird. Ich glaube nicht, weil die Lava... Ne, die Lava ist nicht... Oh Gott, war das dumm? Das war dumm. Okay, nichts passiert. Ich muss den Ausgang finden. X-Löch, seht ihr danach halt. Die Lava läuft, das ist nicht gut, scheiße Freunde. Ich brauche ich bei der Lava. Läuft bei der Lava. Heiß bist du geworden. Hehehe. Okay, wo geht es denn hier raus, Mann? Jetzt... So, ich mache mir einen Eimer. Übrigens ist ja auch das wichtigste von euch allen, dass ihr euch jetzt allererstes einen Wassereimer macht und mit dem ihm auch rumtragt. Ja. Oh ich schlaute, jetzt brauche ich natürlich auch noch Wasser, ich Idiot. Okay, ich ziehe hoch. Ich fälle mal ein paar Bäume, dass wir einen Apfel bekommen, damit wir... Ja, stimmt, dass wir direkt bei uns ein Ding machen können. Cool. Da ist Wasser. Hallo Wasser, danke Wasser. Schon hier oder? What do you mean? Ey, was neulich hast du mir machen? Das ist echt geil, da kann ich nichts gegen sagen. Hör ich selber, muss ich zugeben. Ich bin da zu wahrscheinlich schon 8 Mal. Er hat ja gerade so 3, 4 Lieder in der Top 10 oder so. Ja, ist krank. Aber das neue Album ist wirklich gut, ohne Scheiß. Ich mags. Hätte ich niemals gedacht, da ich das sag, aber ist so. Ja scheiße, das wurde alles zu... Cobblestone und nicht zu Obsidian. Okay, habt ihr gerade gehört? Strength ist komplett verboten. Was ist komplett verboten? Oh Gott, was ist komplett verboten? Strength, äh, Tränke. Oh, ich hab ein... Also Stärke. Okay. Ich hab ein Obsidian-Block. Das ist doch deutsch. Ich craft jetzt mal kurz ne... Hier geht's hoch, na endlich, ey. Ne Diamantspitzhacke. Okay, es gibt kein Achievement, hab gedacht. Das ist mal wieder typisch Dobra. Okay, dann baue ich mal kurz die Spitzhacke ab. Äh, die Spitzhacke vor allem. Okay, dann haben wir unser erstes Obsidian. Wir brauchen 4 Obsidian für den Verzauberungs-Tisch, ne? Hashtag Max-Lippo. Ja, 4. Haben wir Zuckerrohr schon? Ja, haben wir. Okay, gut. Gut, dann brauchen wir jetzt noch 3 Obsidian, verdammt. Okay, dann... War das ein Apfel? Ja! Ich versuch mal irgendwie Lava auch zu besorgen. So, ich mach mal den Gold-Apfel. Du kannst doch jetzt theoretisch, das reicht doch schon, ne? Ja, müsste. Aber der Gold-Apfel kostet halt schon mal 8 Gold, ne? Ja, ist ja egal, haben wir genug. Naja, es reicht. Wir haben ein Gold, haben wir noch drin über. Ja, ich hab auch noch welche, äh, mit dem Inventory jetzt. Warte, warte, ne, sowas glaub ich. Oh Gott, ich hoffe, ich bin hier richtig. Na, Topra, ich bin einen falschen Gang gegangen. Ja, wir haben den Kubus. So sieht der aus, da ist der, das heilige Ding. Ah, wir haben ihn? Ja. So, ich platziere mal da oben rein. Oh Gott, scheiße, ich glaub, jetzt bin ich komplett falsch gelaufen. Topra, Hilfe, wir haben so ein verwirrendes Netz aus... Liebe, gell? Scheiße, Alter. Ich hab grad so gefühlte 10 Jahre gesucht, warte, ich komm. Ne, bin ich falsch. Bin ich falsch, das weiß ich. Doch, 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 okay, wir haben jetzt den Kubus. Geil, stark, 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 stark. Wollte ich natürlich trotzdem nicht. Wechsel zurück, zurück, zurück. Oh.